Und ein Moinsen zu diesem kurzen, ich sag mal VfB aktuell Video irgendwie so, ich glaube richtig in Format passt das nicht rein, aber egal. Wir haben so ein paar erste Kadergeschichten plus auch generell so ein paar Neuigkeiten, sag ich mal, einfach für die neue Saison dann eben auch in der Hinsicht. Nr. 1, ich sag mal die größte News hier, die auch am aktuellsten ist, ist das von Tomas, Koulibaly und Aydonis. Das ist, glaube ich, alles nichts, was überraschend kommt. Aydonis wurde der Vertrag nicht verlängert im Sommer, wurde auch schon vor Ewigkeiten berichtet, hat nie offiziell, jetzt ist es offiziell. Bei Tomas wird die Kaufoption, die ja irgendwie bei 14, 15 Millionen war, auch nicht gezogen, das war auch schon so klar. Gibt es damit auch schon Gerüchte um, ja, vielleicht VfL Wolfsburg, die auch, glaube ich, die Summe noch drücken wollen, weil Sporting ist aber und weiter 15 Millionen will und sowas werden wir halt im Leben nie zahlen. Und Koulibaly wird der Vertrag auch nicht verlängert. Wir können ja mal kurz auf die Spieler eingehen, bevor wir vielleicht auch kurz zu den Wohlgemut-Statements kommen. Aydonis, ohne da jetzt irgendwie böse klingen zu wollen, aber war irgendwie klar, war, glaube ich, offiziell dann noch im Profikader, aber viel VfB 2. Bei uns diese Saison keine einzige Spielminute bekommen beim VfB 1, sage ich mal. Generell sich nie durchsetzen können so richtig, immer wieder auch der Leihgeschäft zu Dresden, wo es aber auch nicht so besonders lief. Hier 16 Spiele Regionalliga Südwest hat er gemacht. Er hat 18, 19 mal zwei Spiele gemacht bei uns in der Bundesliga. Danach, soweit ich das hier sehe, nie wieder in der ersten Liga, auch in der zweiten nicht. Ne, tatsächlich nicht, also bei uns nicht in der zweiten Liga. Das war irgendwo klar, Gerüchte bei ihm, wenn man es hier mal bei Transfermarkt.de schaut. Es ist in Regensburg und Kasselslautern. Ich glaube, die sind aber schon ein Ticken älter, aber ich glaube, mit der Richtung kann es wahrscheinlich gehen ab. Das ist ein freier Transfer, halt freier Spieler jetzt, zu deinem Zweitliganiveau oder eben Drittliganiveau. Vermutlich in der dritten Liga eher jemand, der da eine größere Rolle spielt, für die Richtung Aufstieg mitspielt. Cody Barley ist wahrscheinlich so der, wo es am meisten hinterfragt wird, warum er es nicht tut. Allerdings, bei ihm muss ich sagen, kann ich verstehen, dass man das schade findet, dass er nicht verlängert wird. Ist auch auf jeden Fall 100% ein geiler Typ. Also wer, der jubelt und so Geschichten, wie er sich gibt und so. Natürlich kann man das teilweise vielleicht alles ein bisschen übertrieben sehen oder manchmal auch, ja, wie auch immer sehen. Ich finde es eigentlich ganz geil, wie er da manchmal vor der Kurve auch gejubelt hat. Ich glaube, der hat sich auch identifiziert mit dem Verein. Ist hier seit vier Jahren gewesen, seit 2019 als Jugendspieler von PSG gekommen. Auch bei uns beim VfB zwei ein paar Spiele gemacht dann. Und dann eben, ja, vier Jahre lang hier. Und das ist wahrscheinlich auch der ausschlaggebende Punkt, warum er nicht verlängert wird. Natürlich vielleicht auch nebenher, weil Cody Barley selber meint, er will vielleicht auch eine Veränderung haben. Wir waren ja auch, muss man auch immer sagen, wir waren ja bei keinen Verlängerungsgesprächen dabei. So wir Fans wissen das ja nicht, was da genau vorgelaufen ist. Vielleicht will er auch zu viel Geld haben oder so. Weiß ja keiner. Aber auf dem Papier sind es halt vier Jahre, wo er nie so richtig Stammkraft war. Er hat jetzt insgesamt wettbewerbsübergreifend in den vier Jahren, die er bei uns war. 74 Spiele gemacht, sechs Tore, drei Vorlagen. War wirklich nie Stammkraft, wie schon gesagt. Jetzt halt, das ist eben das, was so ein bisschen, vielleicht unter den Begriff von Recency-Bias fällt, war eben die letzten Wochen immer interessanter. Ein paar Einwechslungen immer wieder für Furore gesorgt, sage ich mal, oder für Durcheinander gesorgt bei den gegnerischen Mannschaften. War ganz interessant, den Einzelwechsel. Das war immer eine nette Option, gerade auch unter Labbadia schon, aber vor allem unter Hoeneß auch, hat eben und eben jetzt diese Saison auch seine vier Hütten gemacht. In 14 Spielen halt insgesamt. Jetzt am Schluss das Ding gegen Dortmund zum Beispiel, der 1-2-Anschusstreffer, der wichtige Elfmeter gegen Gladbach. Deswegen, manche hätten ihn gerne verlängert. Ich hätte es auch verstanden, ihn zu verlängern, weil, wenn man jetzt mal guckt auf den Kader und du willst so eine Option haben, wie einen Koulibaly, quirlig, jung, Flügelspieler, Tempo, Verspieltheit, dann ist halt die Frage, entweder ich verlängere ihn für, wie gesagt, wissen wir nicht für wie viel Geld und ob das irgendwie schlimm gewesen wäre, aber auf jeden Fall ist eine Verlängerung, glaube ich, logischerweise billiger, als eben das, was wir jetzt haben oder was wir jetzt machen müssen normalerweise, nämlich halt ihn zu ersetzen. Gibt es das Gerücht um Opoku da zum Beispiel aus der USA, wo die aber auch irgendwie 3, 4, 5 Millionen aufrufen. Also es wird das Paket vom Neuzugang logischerweise teurer werden, als das Paket vielleicht wäre, wenn man Koulibaly verlängert hätte. Also aus der Sicht kann ich das verstehen. Eben die Frage, wie sieht es mit Ersatz aus? Wird der Ersatz besser sein als Koulibaly? Wird das Ersatz sich dann finanziell lohnen und so Geschichten? Aber rein auf dem Papier kann ich das schon durchaus auch nachvollziehen und finde es auch manchmal ein bisschen arg überspitzt dargestellt, manchmal ein bisschen übertrieben dargestellt, zu sagen, er blüht gerade auf und das war doch richtig geil oder sowas, die letzte Phase von Koulibaly. Jein, also da gehe ich auch nicht ganz mit. Wie gesagt, ein paar Einwechslungen waren als nette Relegation, da hat er keine Rolle gespielt zum Beispiel. Ja, schwierig. Wie gesagt, vier Jahre, nie wirklich unverzichtbare Stammkraft gewesen, nie mehr als Ergänzungs- oder Einwechslungsspieler. Deswegen kann ich es verstehen, dass man deinen Vertrag nicht verlängert. Frage eben da, wen man holt, um ihn zu ersetzen. Thiago Tomas war auch vollkommen klar, dass das zu teuer wird. Bei ihm muss man auch sagen, auf jeden Fall ein geiler Kicker. 100% ein geiler Kicker, in dem steckt, glaube ich, richtig was drin. 20 Jahre alt. Koulibaly zur Vollständigkeit ist 22, Aydonis ist auch 22. Und ja, Tomas, das war halt das Besondere bei ihm, fand ich, er kam im Winter von Sporting, hat wirklich sofort funktioniert. Auf Anhieb funktioniert, ich glaube, sofort getroffen. Leverkusen war es, glaube ich, damals auswärts. Sofort funktioniert. Wichtige Tore erzielt. Am Ende auch nicht so viele, wenn er vielleicht im Kopf hätte. Insgesamt 47 Spiele für uns gemacht. Acht Tore, vier Vorlagen. Ist jetzt nicht scheiße, aber ich hatte irgendwie fast ein paar mehr Tore da im Kopf bei ihm. Die Saison auch nur drei. Fehlt halt an der Konstanz. Fehlt an der Konstanz bei ihm. Mal war er irgendwie, ja, na Mutter, der muss in die Startelf. Mal war er, hm, vielleicht doch lieber von der Bank bringen. Oder hm, doch lieber gar nicht bringen. Und andere von der Bank bringen. Die Konstanz hat halt bei Tomas gefehlt. Aber sonst steckt da einiges in ihm drin. Wie gesagt, noch saujung mit 20 auch. Die Kohle ist halt zu viel. Eine weitere Ausleihe war wohl nicht drin. Tomas hat ja auch, glaube ich, Aussagen getätigt, dass er gern bei Sporting versuchen würde, sich durchzusetzen. Dem scheint dann irgendwie auch nicht so ganz so, wenn das Wolfsburg-Gerücht stimmen sollte. Aber, ja, außer der ist es mit Sporting, die krass runter verhandeln können, wo dann das ja auch nicht aussieht, wenn die weiterhin bei Wolfsburg ihre 15 Millionen oder sowas haben wollen, ist das einfach nicht stemmbar. So ein Tomas vielleicht mitnehmen für, keine Ahnung, 5, 6, 7 Millionen, okay. Aber das wird wohl nicht drin gewesen sein, wo es wohl gerade wahrscheinlich auch in der Hinsicht mehr Kohle und auch mehr Gehalten so zu bieten. Mal gucken, ob das wirklich passiert. Das hat das aktuelles Gerücht dazu. Schade, dass Tomas geht. Eigentlich ein ganz cooler Spieler, aber einfach zu teuer, das Gesamtpaket. Ja, wohlgemut dazu. Zu Erdonen ist natürlich nicht so viele Worte gefunden. Im Nachholungsbereich gewesen. 21 im Profikader. Und alles Gute für die Zukunft. Wohlgemut genau eben das auch gesagt bei Tomas. Vereinbarte Kaufoption nicht aktiviert. In erster Linie finanzielle Hintergründe. Sportlicher Sicht war er wichtiger Spieler unserer Geschichten. Und wünschen ihm viel Spaß. Viel Spaß. Wünschen ihm alles Gute beim nächsten Karriere-Schritt. Na Kulibali sind sie echt auch gar nicht so unbedingt viel auf irgendwie. Keine Ahnung. Die werden jetzt natürlich keine Vertragsgespräche öffentlich machen oder so. Aber die sind gar nicht so tief reingegangen ins Thema. Auch der Vertrag gehabt. Und wir haben uns deswegen entschieden, ihn nicht zu verlängern. Überhaupt nicht reingegangen. Wir haben nur gesagt, jo, war vier Jahre hier. Vom Nachwuchsspieler zum gestandenen Profi geworden. In der Schlussphase der vergangenen Saison in schwieriger Situation mit verwandelt. Laufmitte gegen Gladbach. Verantwortung für die Mannschaft übernommen. Nicht nur dafür. Danken wir ihm herzlich. Wünschen ihm viel Erfolg bei seinem neuen Klub. Also da kam auch kein Satz in Richtung irgendwie, wir haben uns deswegen nicht entschieden, mit ihm zu verlängern oder sowas. Muss natürlich auch nicht sein. Ich fand es nur bei ihm irgendwie echt, ja, hätte vielleicht noch ein, zwei Sätze mehr sein können. Aber da klingt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen da schon raus, dass schon länger klar war, dass er nicht verlängert wird. Dass irgendwie nicht groß zur Debatte stand. Aber richtigerweise gegen Ende noch ein bisschen wichtig geworden. Aber ich habe, glaube ich, schon lange genug angesprochen zu Kulibali, warum ich es auch durchaus verstehen kann, dass man ja da nichts gemacht hat. Also nicht verlängert hat. Mal gucken, wo es ihn hinzieht. Und Gerüchte gab es mal um Schalke, ist aber auch schon länger her. Ich glaube, das Niveau könnte es sein. Vielleicht irgendwie ein Zweitligist oder irgendwie ein Aufsteiger in der ersten Liga. Irgendwie so in die Richtung könnte es vielleicht gehen. Oder eben ganz woanders. Wo es Frankreich kommt, da vielleicht da hin zurück. So Geschichten. Dann haben wir einen fixen Wechsel. Eine Rückkehr. Matej Maklica wechselt zurück zum VfB. Den hatten wir im Winter, also im November 2021 hat er sein Debüt gefeiert bei uns. Und dann in dem Winter-Transferfenster ist er dann in die Schweiz zu St. Gallen. Im Sommer dann haben sie ihn fest verpflichtet nach der Laie. Und dann war es jetzt wirklich scheinbar, ich würde euch anlügen, wenn ich Ahnung von Schweizer Fußball hätte, aber scheinbar wirklich ein sehr, sehr wichtiger Mann. Auch von St. Gallen-Fans, das habe ich auch ein bisschen gelesen. Ein wichtiger Mann. Konstante hinten drin, sich ordentlich entwickelt. Und nun, nach 52 Pflichtspielen und vier Toren bei St. Gallen kommt er zurück, weil eingebaut, also von damals noch Mislint hat dann der Transfer, oder das Eingebaut in den Transfer, wie auch immer, war eine Rückkaufoption eingebaut. Die ist scheinbar bei 450.000. 24 Jahre alt ist der Kroate. Und von dem her musst du machen. Also ganz klare Geschichte, musst du machen. Ach, wenn er wirklich so stark war in der Schweiz, du wirst dein Backup brauchen. Der ist natürlich kein, also vermutlich oder natürlich, wie auch immer, nicht der 1-zu-1-Ersatz für einen Abgang von Ito, für einen Abgang von Mafropanus, irgendwas in die Richtung, glaube ich nicht dran, aber eben für die Kaderbreite in der Innenverteidigung, was nötig ist. Und dann 450.000 Euro, wenn jetzt so ein gestandener Spieler in der Schweizer Liga ist, ist das ziemlicher No-Brainer, musst du machen. Vertrag bis 2025. Und denk mal auch, dass er Bock drauf hatte, weil ich glaube, da wirst du auch ein bisschen Mitspracherecht haben bei Magliza. Kann natürlich auch bei ihm sein, dass er vielleicht doch noch einfach wechselt im Sommer und du eben sagst, ey, wir kaufen jetzt und verkaufen ihn dann für mehr Geld weiter. Keine Ahnung, wie weit der eine Rolle spielt in den Planungen. Gab auch tatsächlich gar kein Statement hier. Also in der VfB-Veröffentlichung hier, das merke ich gerade, gibt es gar kein Statement von Wohlgemut zu ihm. Gar nichts. Einfach nur, wir haben ihn zurückgeholt. Hier ein paar Stats und fertig. Also mal gucken, wie man mit ihm aktiv plant. Mit Matej Magliza. Und dann haben wir noch zwei Sachen mehr oder minder im Hintergrund, also zumindest kein Kader. Malik Fati verstärkt das VfB-Trainerteam. Zusätzlicher Co-Trainer neben David Kressidlo. Oder doch, Kressidlo, tippt man schon, dass man den so ausspricht. Bis letzt war er im Nachwuchsbereich von Hertha BSC als Trainer tätig. Malik Fati, Wohlgemut freut sich auf ihn. Wie gesagt, zusätzlicher Co-Trainer. Aber auch interessant hier, er hat schon, also Fati hat schon mit Hoeneß zusammengearbeitet, bei der Hertha, bei den Hertha-Amateuren zusammengespielt und eben zusammen, oder kennt schon David Kressidlo lange, schreibt er hier in seinem, sag mal, Hallo-Statement, Willkommen-Statement hier beim VfB. Und deswegen klingt das nach einer runden Nummer, was man auch so alles online liest. Sollte das, glaube ich, schon fit gehen oder eine gute Idee sein, ihn zu holen. Und hier, Wohlgemut holt Scouting-Experte von Manchester United. Das, glaube ich, noch nicht offiziell. Also zumindest vom VfB nicht, von Stuttgart-Nachrichten habe ich das hier. Aber ich glaube, der VfB hat noch nicht offiziell dazu kommuniziert. 31 Jahre alt, Andreas Herrmann kommt, neuer Experte, kommt seit 2013 gearbeitet bei United und ergänzt das Stuttgart-Scouting-Team. Und da auch so Sachen, die ich gar nicht so groß mitbekomme, aber hier mal auch mit reinnehme. Um Markus Lösch, der ist dabei. Und zuletzt nahmen die Schwaben bereits Marian Kovacevic von Kickers Offenbach, Thomas Henning von Paderborn, das hat man so ein bisschen mitbekommen, glaube ich. Das war der Kollege. Und Stefan Brandenburger von Wolfsburg unter Vertrag genommen. Also auch so Themen vielleicht, so Themenbereich oder so Bereiche beim VfB nicht so groß im Kopf hat vielleicht. Aber unser Scouting-Bereich stellt sich wohl größer auf gerade und beginnt wohl zum 1. Juli seine Arbeit in Stuttgart. Der gute Scouting-Experte, ehemalig dann von Manchester United. Und dann würde ich sagen, lasst mir gerne eure Meinung zu den ganzen Veränderungen beim VfB da. Natürlich ist es nicht die weltbewegenden Veränderungen, aber ey, wir haben schon mal drei Abgänge. Wir haben einen Neuzugang, wir haben einen neuen Co-Trainer. So fand ich auf jeden Fall mal interessant genug, um das hier reinzupacken in ein kurzes Video für euch. Sagt vor allem wahrscheinlich zu Cody Bali, ja, unterschiedlichste Meinungen. Aber gerne eure Meinung dazu lassen, was wir so gemacht haben mit den drei Abgängen. Mit Makliza als Rückkehrer zum Beispiel, die, glaube ich, vor allem am interessantesten würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.